Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal 5 Tipps zeigen, wie ihr die beste Videoqualität aus eurem Handy herausholt. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Filmt ihr entweder mit zwei Händen oder mit einem Stativ. Jetzt werden sich manche fragen, wie tue ich denn überhaupt mein Handy auf einem Stativ montieren? Hier gibt es Clips von teuer bis billig. Ich habe hier einen billigen, aber auch richtig guten, hochwertigen Clip für euch. Ich finde diesen recht gut. Er ist gut verarbeitet und funktioniert fast bei jeder Handygröße. Ich habe euch diesen Link von diesem Clip einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Tipp 2. Finde am besten immer im Querformat, niemals im Hochformat. Tipp Nummer 3. Tut am besten immer vorm Film eure Linse putzen. Denn schon durch alltäglichen Schmutz wird diese Linse einfach zugestorben. Das kann schon durch die Hosentasche passieren. Tipp 4. Passt auf, dass eure Finger nicht auf dem Mikrofon von eurem Handy liegen. Das ergibt einen schlechten Ton. Oder man baut sich ein Ansteigmikrofon. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Link ist unten in der Videobeschreibung. Tipp 5. Mit eurem Handy niemals digital ranzoomen. Hier liegt man eures Objekts ein Stück näher ran. So werden eure Videos von der Videoqualität besser. Und das war es jetzt auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wenn ihr noch Tipps habt, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Wenn ihr was mit meinen Tipps, die ihr euch schon heute vorgestellt habt, was anfangen konntet, dann schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao!